Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen Ultimate General Civil War. Ja, bei Schlacht bei Chainslaw's Will, 30. April 1863. Nach der Schlacht von Fredericksburg stellte die Nord-Virginia-Armee noch immer eine beachtliche und nicht zu unterschätzende Streitmacht dar. Infolge der harten Winterbedingungen und konstanter Scharmützel waren unsere Armeen nicht in der Lage weiter fortzurücken. Wir werden noch immer hinter den Wepper Hancock zurückgedrängt. Wir haben einen weiteren Versuch unternommen, den Wepper Hancock zu überqueren und die konfigurierte Nord-Virginia-Armee zu bekämpfen. Diesmal mit dem ausgekühlten Paar. General Cedric's Korps beschäftigt die Rebellen bei Fredericksburg, während unsere Truppen ein weitläufiges Flankenmanöver unternehmen. Wollten und unternommen haben, um Lees' Armee von Westen anzugreifen. Am Morgen des 27. April 1863 begannen wir einige Meilen westlich von Fredericksburg mit der Überquerung des Wepper Hancock. Unsere Streitkräfte treffen auf keinerlei Gegenwehr und versammeln sich am 30. April bei Chainslaw's Will, um von dort aus aufs Lees' Armee zu marschieren. Jawoll, machen wir doch mal. Vorhut macht das zweite Korb, Nachhut macht das dritte Korb und das zweite ist halt die Reserve. Ich könnte jetzt hier die Truppen da noch reinpacken, aber komm, das werden wir locker mit unseren Leuten schaffen, denke ich mal. Ja, wir haben den Wepper Hancock überquert und kommen aus dieser Richtung. Unsere Hauptarmee nähert sich über Islesford Road. Die Nachhut wird über den Orange Turnpike eintreffen. Unsere Vorhut wird heute am 30. April bei der Straßenkreuzung Chainslaw's Will erwartet. Wir haben unser Lager bei Chainslaw's Farm aufgeschlagen. Morgen, wenn weitere Truppen eintreffen, werden wir vorrücken, um Lees' Armee bei Fredericks zu stellen. So, bisher sind wir auf keine ernstzunehmende Gegenwehr gestoßen, vermutlich weil Lees' Armee zu weit auseinandergezogen wurde. Wir haben auf den vorausliegenden Straßenbewegungen des Feinds, ähm, sollten aber keine Probleme sein, ja, ja, ja. Also man hat Feindkontakt gesehen, oder Feinde gesehen, aber alles nur kleine Einheiten angeblich. General, wir sind bereit vorzurücken. Ihre Nachhut, äh Vorhut. Ja, wartet die Befehle. Ich trinke mal einen Schluck Kaffee, ich kann nicht mehr lesen. Hm, hm, hm. So. Ein Teil unserer Streitkräfte hat sich bereits über den River, über die River Road in Bewegung gesetzt. Dort bildet vom Feind jede Spur. Wir müssen den Hügelkamp, der, den Orange Turnpike und damit den Weg zur Stadt Fredericksburg überblickt auskundschaften und halten. Die Orange Blank Road ist die Straße nach Fredericksburg und muss ebenfalls gesichert werden. Es ist ratsam, unser Lager zu verteidigen, bis weitere Truppen eintreffen. Die Konfigurierten könnten angreifen, bevor unsere Streitkräfte versammelt haben. Warte mal. Es ist ratsam, unser Lager zu verteidigen, bis weitere Truppen eintreffen. Die Konfigurierten könnten angreifen. Was heißt, wir warten jetzt den Tag, oder was? Wir sollen die Punkte einnehmen und die Farben halten. Ähm, okay. Pause. Kommt von hinten auch Feinde? Weil die, der Zaun macht ja nur da Sinn, weil die stehen auch da. In diese Richtung? Ach, hier sind, ach du Scheiße. Ich bin ja hier von überall gekommen, ne? Aber ich sag mal, hierher war ja alles still und friedlich. Da sind unsere Leute langgegangen. Es wird wahrscheinlich die Scheiße von hier unten kommen. Könnte aber sein, dass hier auch keiner ist, ne? Ah, was machen wir? Was machen wir? Was machen wir? Hm, die Kanonen? Tja. Die Kanonen positionieren wir erstmal hier vorne. So, ich hätte gerne eine Einheit hier. Den Kitchen hätte ich hier. So, gucken wir mal hier die Gegend. Die läuft mal da runter. Dann ziehe ich die Kanone da hin. Dann den Munitionswagen ziehen wir da hin. Die Truppen packe ich mal hier in den Wald. Ich packe dich da in den Wald. Aus Sicherheitsgründen packe ich dich da mal hin. Wenn da ein Feind kommt, ziehe ich äh, Zock nach. Das ist unser Rückzugspunkt. Gucken wir mal. Ich hoffe, dass jetzt keiner von hinten kommt. Warte mal, warte mal, warte mal. Wir können ja Mr. Peabody. Mr. Peabody, Peabody nimmt dann da die Straßenkreuzung ein. Dann sollten wir die Straßen so ein bisschen gesaved haben. Ich habe das Gefühl, dass der Feind von hier kommt, wenn er einen Gegenangriff führt. Aber ich glaube nicht, dass hier keine Feinde sind. Die sollen nur gucken. Mir, du rennst hier in den Wald rein. Du rennst hier in den Wald rein. Und dann gucken wir mal. Vielleicht schicke ich da mal ein, zwei Plänklereinheiten los. Und wenn von hier was kommt, können die aufhalten. Vielleicht ein, zwei Mal schießen und ziehe ich die zurück. Und wir müssen hier eine Linie bilden. Darum steht die da schon gut genug. Plänklereinheit. Ich brauche mir auch nochmal Plänkler. Wir rennen hier in den Wald rein. Ich glaube auch, die konfigurierter, als wir die gespielt haben, war das andersrum. Wir sollten diese Punkte einnehmen. Was recht einfach war. Und da sehe ich schon 2000. Und, du kannst zurück. Jackson. Jackson ist hier. Hier war aber auch was. Also hier haben wir definitiv feindkontakt. Teile von Andersons Division. Warte, kann ich nicht lesen. Oh, Kanonen kommen. Okay, die greifen uns an. Definitiv. Ich ziehe meine Kanonen doch schon mal weiter her. Oh, die wurden gesehen. Hier nicht gut im Wald. Das ist doch doof. Also, von hier kommt irgendwo auch was. Von wo die Schüsse auch kamen. Frage ist nur, kommt von dort dann was. Weil hier oben war ja nichts. Na gut, hier ist ein Weg. Vielleicht kommen die ja von da. Ah, ich denke mal, die kommen schon aus der Richtung der Fahnen. Wir halten das heute. Das ist mein Plan. Wir halten das heute. Und hoffentlich ist die Mission noch nicht vorbei. Weil ich das richtig verstanden habe, sollen wir das ja machen. Bis Verstärkung da ist. Bloß, ich glaube, unsere Kundschaft da haben ein wenig die Anzahl der Einheiten unterschätzt. Wenn ich ehrlich bin. Aber das werden wir noch sehen. Also, er ist von hier rüber gekommen. Hier war noch eine Kanoneneinheit. Und er scheint uns nicht zu sehen. Schade. Kitchen, komm mal hier rüber. Das sind 2500 Mann. Und im Wald haben wir 76 Deckung. Ah, da kommt noch ein bisschen mehr. Ich würde sagen, du ziehst dich schon mal zurück. Du ziehst dich da hin zurück. Ah, fuck. Das war zu spät. Gibt dir mal Deckung da. Einfach nur mal einmal schießen. Ah, das wird nichts. Zurück. Der Wald ist einfach besser, ne? Ist in dem Wald... Ne, komm, wir müssen aus dem Wald raus. Lassen wir sie kommen. Ich hätte die Kanonen... Ich hätte das hier alles... Hätte ich hier vorliegen... Setzen müssen. Na, eine Stunde haben wir noch. Dann kriegen wir ja Verstärkung. Auf jeden Fall sind es mehr als nur ein paar kleine Einheiten. Und hier den Punkt brauchen wir nicht einnehmen, weil... Die aus dem Wald haben den Vorteil, dass es hier ein Tod ist. Das ist ihr Schwachsinn. Mit dem Zaun. Also ich nehme lieber den Wald als den Zaun. Also könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Wird euch ja einen scheiß Zaun behalten. Der guckt nach in den Wald rein. Ist genauso schwachsinnig. Hm. Kaffee ist alle. Na gut. Sollen sie aber aus dem Wald marschieren, wenn sie uns beschießen wollen. Und dann kriegen sie hier schön Kanonen ab. Äh, du kannst dich da hier... Nimm dir diesen komischen Wald so, ne? Wenn von hier keine Feinde kommen. Wenn ich die ganzen Einheiten, wenn hier was angreift, von der Seite kommen lassen. Hoffentlich. So. Gehe gerade. Ah, ich glaube die haben keine Lust. Ich glaube die haben keine Lust. Das habe ich hier schon. Also haben wir ein paar getötet, aber natürlich... Ein paar verloren. Der hat Zweimann verloren. Kommen die noch, oder haben die die Schnauze voll? Ich belege, ob ich die Kanonen hinsetze. 67. Hier ist nämlich keine Verteidigung. Die können durchbrechen. Ja, komm, solange sie nicht da sind. Ziehe ich meine Kanonen hier zurück. Ach, ich schule immer noch vor. Nicht gerade. Sherman, ab in die Mitte. Boah, ich glaube, da kommt keiner mehr. Boah, ich glaube, da kommt keiner mehr. Jetzt haben die sich wahrscheinlich die guten Positionen hier im Wald geschnappt. Hätte ich doch vielleicht nicht kampflos aufgeben sollen. Ich spule schon vor, aber irgendwie passiert ja nichts. Von der Zeit. Die Kompferritten sind zu zahlreich. Wir sind in Unterzahl. Rückzug, Rückzug. Wir müssen unser Lager verteidigen, sonst findet dieser Feldzug ein vorzeitiges Ende. Ach, schau an. Angefochten. Ne, gut, die habe ich ja nicht gehalten. Vom Wegen in einer Stunde kriege ich Verstärkung. Die Rebellen greifen uns an. Kommen sie zurück, unser Lager zu verteidigen. Ich dachte eigentlich... Ah, warte mal. Was ist das? Meine Nachhut, Vorhut? Sind das die restlichen Einheiten? Ich weiß nicht, von welchem Korb das ist. Zweiter Korb, okay. Dann ziehe ich sie hier rüber zu unser Lager. Die können dann da die Punkte halten. Dann nehme ich schon mal... ...den weg. Ich packe den mal hier hin. Oder wir können die Linie hier so bauen, dass sie quasi näher ran müssen. Ist ja noch besser. Ja, wann ist das? Reicht. Ja, doch. Ein Tuck nach hinten. Genau. Ein Tuck nach hinten, damit die vom Wald drauf schießen können. Das soll so eine Speerspitze werden. Sind die mit weniger Deckung ein bisschen versetzter? Oh, hier sind ja 50 Deckung. Wer habt ihr da hinter? 67. Genau, 88. Halt. Wir haben die da. 67. Ist nicht so geil. Wir werden da schon mal hinlaufen. Dann ziehen wir Peabody ab. Mr. Peabody. Ach komm, stell dich einfach da hin. Mr. Peabody. Wer kann Lane diese Position übernehmen? Was kommt hier in den Wald? Kannst du diese Position übernehmen? Und hier kommt noch mehr in den Wald. Hm. Also mein zweites Korb ist komplett da. Hm. Aber irgendwie was vom Angriff kriege ich hier nicht mit. Weil die Kanonen sind zu... Ja, erst zu Weihnachten wahrscheinlich hier. Spule mal vor. Schon das zweite Mal, dass gesagt wird, es kommt ein Angriff. Aber irgendwie kommt nichts. Die trauen sich nicht. Die Konfiguriten wollen uns hier nicht vertreiben. Auch wenn sie in zahlmäßig überlegen sind. Die haben einfach keinen Bock. Mal ein bisschen so aufstellen. Genau. Das wird das Feld des Todes. Dann musst du aber ein bisschen näher heranrücken. Tja. Irgendwie lame die Schlacht bisher. Ja. 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 Und wenn sie nicht kommen, und mich überlegen, ob ich mir die Wälder hier wieder schnappe. Kanonen dahinter. Ich bin nicht so weit von dieser Kreuzung entfernt, aber die Zeit ist gleich um. Brauchen wir jetzt nicht mehr im Angriff nehmen. Der nächste Tag. Jo, war ein bisschen langweilig. Verteidigen. Wer ist denn Heinrich? Heinrich ist, glaube ich, das war das Lager, linke Flanke. Das war eigentlich unser Zentrum. Heinrich war im Zentrum und ist jetzt an der Flanke. Da habe ich die vertauscht. Warum sehen die alle gleich aus? Gut. Tag 2. General Lee und Stonewall Jackson sind auf dem Feld und halten die Stellung. Die Rebellen ziehen sich nicht zurück. Das kommt unerwartet. Vermutlich ist Leaks Armee stärker, als wir angenommen haben. Reserven werden voraussichtlich am späten Abend eintreffen. Der Rest wird in Fredericksburg bleiben und die Konfigurierten mit einem Scheinangriff beschäftigen. Unsere Generäle sind sich einig, dass wir vorsichtig agieren und defensiv bleiben sollten. Ein riskanter Angriff könnte die Zerstörung unserer Armee bedeuten, während sie sich tief in Feindesland befindet. Wir ziehen unsere Armee auseinander, um nach allen Seiten zu verteidigen. Die Zeit arbeitet für uns, denn wir werden jeden Tag stärker. Lee muss die Initiative ergreifen oder sich zurückziehen. Okay. Mal gucken, was der nächste Tag so bringt. Ey, warum habe ich erst alles aufgestellt, wie ich es haben wollte, wenn ihr gleich wieder alles euch ineinander wuselt? Das ist doch kacke. General, offenbar entwickelt sich der Plan nicht zum Besten. Die Konfigurierten haben äußerst aggressiv reagiert und nun befinden wir uns in der Defensive. Unser Lager bei Chancellorsville muss gesichert werden, wenn wir weiter vorrücken wollen. Unsere Brigaden müssen in Stellung gebracht werden, um die Ostseite des Lagers zu verteidigen. Unsere linke Flanke, dass uns die Rebellen hier nicht angreifen, ist weniger wahrscheinlich, aber wir müssen auf der Hut sein. Da ist Heinrich. Die Anwesenheit starker Infanterieverbände in dieser Gegend wird uns gegen einen Frontalangriff durch Lee schützen. Das heißt, hier wieder rein die Linie, die ich meinte. Unsere Brigaden müssen auch diese Umgebung um Lager verteidigen. Ach, von hinten kann jetzt auch angegriffen werden, bis zu diesem Bereich. Eieiei, ist ja gleich riesengroß hier das Feld. Alter, zu guter Letzt müssen die einige Brigaden unsere extreme Rechte und diese Straßenkreuzung halten, wenn die Konfigurierten gegen uns unsere Rechte marschieren wollen. Werden sie wahrscheinlich von hier kommen. Okay. Falls Reserven verfügbar sein sollten, werden sie voraussichtlich am späten Abend ach komm, mit den Reserven brauchen wir nicht sprechen. General, wir wissen nicht, was die Rebellen vorhaben. Bisher haben sie uns nicht angegriffen und es wird auch bald dunkel. Einen derart späten Vorstoß zu wagen kann extrem riskant sein, aber auch lohnenswert. Sie entscheiden, was das Beste ist. Erstmal würde ich sagen, holen wir uns hier diese Position. Lane kannst du ja hier die Position da schnappen. Genau, ihr holt euch diesen Wald. Wo holt der Duster? Und wozu ist hier ein Munitionswagen? Hier steht hier schon mal scheiße. Baxter, Blume. Ihr kommt hier hin. Munitionswagen, genau. Die Kanonen von Heinrich. ziehe ich hier hin. Ziehe sie vor. Diese Brigaden, Brigaden. Von Heinrich zieht da auch hin. Weil die können ja den, diese Kreuzung unter Beschuss nehmen. Darüber geht's. Ne, hier rüber. Ja. Und der Munitionswagen da auch. Hier haben wir noch so ein paar kleinere Einheiten. Hier, da kommt nochmal die Iron Brigade. Ja, die ist teuer. Du gehst mit. Bleibst mal lieber da. Kleinere nehmen wir auch mal mit. Eine Kanone, oder was? Die sind ja auch noch alle von Heinrich. Die sind ja marschiert, marschiert. Ah, unsere Rechte. Warten wir ganz kurz. hab ich mir noch gar nichts angeguckt da ist nämlich alles kacke wenn ich das mal so sagen darf hier geh du mal in den Wald kannst du mal ein bisschen rennen ihr unterstützt den mal da im Wald Kanonen hätte ich doch gerne ein bisschen ja in den Wald bitte so wenn wir diesen Wald haben komm mal her du kommst mal da hin lauf du kommst da hin du gehst hier nochmal in den Wald mit rein was wird da angegriffen so euch vier pack ich jetzt hier rein und euch packen wir jetzt da hin da ist schon eine feindliche Einheit okay halt lass erstmal die kommen die sollen selber kommen wir brauchen mal Kanonen für glaube ich ich versuch's einfach mit den Kanonen jetzt hier Stonewall Jackson unter äh stopp unsere rechte Flanke oieieiei ach du scheiße das ist ja gar nicht wenig oieieieiei oieieieiei oieieieie wo sind die Leute von Heinrich verdammt noch mal ganz kurz wo sind meine Kanonen bewegen die sich überhaupt die sind hier vorne hier in den Wald was haben wir da hinten da haben wir einen Grant so was macht der Grant hier wenn da angegriffen wird können wir da ein paar Einheiten rüberkriegen erstmal die Kanone bitte weiter hinten in Deckung so wird das nicht ich hätte gerne noch mal zwei Einheiten die hier rüberkommen so die Kanonen können gleich hierher kommen gehen wir schon mal ran Hildsdivision nähert sich zu rechten ja das ist nicht wenig was da kommt ich weiß nicht ob die das auf warte mal ne 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 wir machen es folgendes komm zieh dich hier zurück in den Wald scheiße oder wir gehen gleich hier in den Wald lassen diesen Punkt kommt einfach zu viel hm 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 Ich weiß noch nicht, wie ich agieren soll. Alter, komm in den Wald rein. Oh, wo sind meine Kanonen? Alter. Ist ja voll die Verteidigung. Nee. Zug, Zug. Ey, so ein Mäken. Wir müssen vom Wald kommen. Wir müssen vom Wald kommen. Rüber. Hallo, kommst du mal zurück? Ey. Rückkommen. Wo sind wir? Die kommen von hinten. Warte mal, das ist ganz doof. Die kommen ja echt mega von hinten. Dann müssen wir da aufhalten. Irgendwie mit diesem Scheiß einhalten. Alter. Nein. Oh. Charge. Charge. Das ist ja irgendwie viel zu viel los hier. So. Das ist richtig. Geht ihm auf auf ihmchen. Und ihr drei auf ihmchen. Das ist ganz okay. Brauch mehr Truppen, ey. Brauch mehr Truppen. Will ich Heinrich da komplett weglassen? Pass auf, naja, kommt da noch ein Gegenangriff. Aber, ich brauche Truppen. So, Kanonfeuer. Ja. Ja, kommen wir jetzt zurück in den Wald. Jetzt laufen wir die Leute in die Mitte. Wir holen uns gleich die Jäger da. müssen da diese Einheiten wegkriegen. Kanone, Kanone, Feuer. So, ich gehe auf Pause. Geh mal weg, du Einblendung von Steam. Fick dich. So, Pause. Hier sieht es doch schon mal gut aus. Jetzt haben wir sie da ein bisschen verdrängt. Jetzt könnte da so lang gehen. Weiterfolgen, weiterfolgen. Äh, weiterfolgen. Hallo. Wald ist unser Freund. Haben wir hier noch irgendwie eine Kavallerie? Irgendwas? Ach komm. E3. Sie zieht den Kanonen, der nicht alleine sind. Hier müssen wir gucken, wie wir die Büchse weiter aufmachen. So, wir haben sie da aufgemacht. Heißt genau, du kannst da von der Seite gehen. Und ihr geht hier erstmal in den Wald und wir warten hier auf Verstärkung, die hoffentlich gleich kommt. Nämlich da. Die nehmen wir mal gleich mit. Die können nämlich schön im Fluss überqueren. So, jetzt kommen von dort die nächsten Einheiten. Das heißt, wir müssen ein bisschen hier weiter raus. Gleich mal Hallo sagen. Die bleibt da, wo ihr seid. Die Kanonen ziehe ich immer nach. Die bleibt da, wo ihr seid. Tja. Ich brauche mal Leute, habe ich ja schon gesagt. So, Hass. Jetzt mal da hin. Und dich, Leonard. Ach komm, ich leite das. Bleib das noch. Bleib mal hier. Weiter. Die machen wir hier kräftig an. Aber vielleicht kriegen wir die da noch weg. Naja, hier auf die schießen, ne? Wisst ihr Bescheid, ne? Naja, es ist zu weit weg. Kommt zurück. Kommt zurück. Das ist eine Falle. Das gibt es ja alles so an kleinen Viechern. Verdammt. Ich muss von der Seite kommen. So, Pause. Ich verliere den Überblick bei der scheiß Schlacht. Die lassen wir mal so. Und die haben sich hier schön eingekesselt, die Schweine. Dann müssen wir da echt mal so ein bisschen krumm rum kommen. Die Kanonen wollen nachrücken. Die sollen aber lieber erstmal irgendwie drauf rotzen. Ich habe gesagt, ihr sollt zwar die Verstärkung für die Kanonen sein. Ziehe euch jetzt aber hier frontal drauf. Hier kommen wir nicht weiter. Und hier kommen wir auch nicht so richtig weiter. Wegen den Kanönchen. Bitte mal den Knacken da. Was habe ich jetzt da? Die habe ich zurückgezogen. Weil von dort Stress war. Würde ich aber sagen, können die wieder voran. Hier in dem Abstand wieder ran. Da gibt es noch Action. Ah, 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 ah. Da kommt was in den Wald. Da kommt was in den Wald. Da tauben wir mit Gewalt. Und hier. Oh, der läuft. Tacke. Einmal Dosen öffnen da, verdammt. da ran. Dosen öffnen. Oh, jetzt haben die zu tun da oder was? Weiter. 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 So. Achtung, Pause. Ich weiß nicht, ob der zurückgezogen hat. Noch mal Angriff. Das kommt mal weiter. Hm, wenn der Gesicht übergibt, kriegt der gleich auf die Nase. Ich hoffe, der kommt nicht von hinten. Ja, da kommen immer noch Einheiten von hinten. Große Schlenker machen die. Müssen wir von da irgendwo abfangen. Durch, dass die von hinten kommen. Pause. Habe ich hier noch Kavallerie, 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 Kavallerie. Einfach nur so ein bisschen, dass mir der Arsch gedeckt wird. So, haben wir da ja was am Laufen gekriegt. Die bleiben mal da. Die Kanonen, habt ihr noch irgendwie eine Reichweite? Ja? Glaube nicht. Kommt mal weiter ran. Wo ist mein Supply? Okay. 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 Feuer. Feuer. Mal ran. Ach, da sehen wir erst mal mal da, wo sie sind. Hier bleibt man hier so. Ah, da ist was. Dann kommt da mal hin. Räumchen rücken. Ach, jetzt, da kommt ja noch mehr. Uh, 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 lauft. Scheiße. Das wird hier nicht, das wird hier nicht. Das wird hier nix. Das wird hier nix. So. Oh, wir sind schon von hinten angegriffen. Tja, jetzt knacken wir die hier von der Seite, aber irgendwie macht mir die andere Seite gerade Angst. Na komm. Ich arbeite jetzt hier an einem Plan B. Die Seite werden wir verlieren. Definitiv. Den Punkt werden wir verlieren. Definitiv. Neu werden sie doch hier ankommen, aber sieht auch ein bisschen blöd aus. Hier. Da will ich sie haben. Hier, das ist meine Notfalllinie. Da ist da ein hin. Da hin. Ah, sie sind schon fast da mit der Einheit da. Da wird zocklaufen. So. Ziehe euch zurück. So. Gehen wir da hin und Heinrich ziehe ich da auch weg. Aber wir müssen jetzt den Punkt da, müssen jetzt hier die Punkte einnehmen. Dann brauche ich ihn da oben hoffentlich nicht. Und wenn, haben wir den jetzt da. So. Glaube ich jetzt zwar nicht, aber egal. Der läuft. Die Frage ist nur, wie viel Zeit kriegen wir hier noch totgeschlagen mit den Leuten. Oh, der hat beide in die Schlucht zurückgeschlagen. Wow. 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 Weiter. Weiter. Weiter vor. Wow. Wo kommen die denn hin? Ah, die wollen da hin, okay. Oh, ich geh gleich von hinten. Die räumen auf. Okay, das passiert jetzt wirklich. Ich ziehe die Kanonen schon mal ab. Die Kanonen können mal bis hier hin. Ah, das ist auch doof, weil hier keine Verteidigung ist, verdammte Kacke. Okay, den ziehe ich da hin. Mal gucken, ob wir den noch zurückgedrängt kriegen, aber ich glaube nicht. Wo ist denn der da unten? Ah, ich muss hier Pause machen. Das ist einfach zu viel gerade für mich. Nicht ganz ehrlich. Dann müssen wir mal gucken, dass wir die Scheiße hier auch halten. Den ziehe ich jetzt mal hier rüber. Der bleibt hier, wo er ist. Okay. Oh, bewegen sich ja noch. Ah, jetzt haben sie hier alles auseinandergenommen. Scheiße, ey. Oh. Der ist weg, oder was? Könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, dass die hier weg sind. Oh, bleib mal hier. Da kommt Feind. Alter, schießen. Boot schießen, nicht Kitzel. Da kommt durch. Pause. So. Den packen wir hier in den Wald. Den packen wir hier in den Wald. Dass wir diesen, ähm, Rückzug verzögern. Die halten wir noch. Aber wir wissen nicht, dass mit den Kanonen weg sind. Die haben einen weiten Weg. Oh, wie sieht es da hinten aus? Die beknallen sich da noch gegenseitig. Oh, ich sehe auch gerade. Scheiße, die Folge ist schon viel zu lang. Ich habe vergessen, äh, mal eine Pause zu machen. Ich mache hier einen Break. Ähm. Ja. Müssen wir mal gucken, ey. Einen Punkt haben wir jetzt eingenommen. Wir brauchen noch einen zweiten. Dann müssen wir hier aufhalten. Ich weiß nicht, wie viel lang das noch geht. Ich weiß nicht, was da noch kommt. Ob da noch eine Attacke von denen kommt. Ähm. Ich mache jetzt hier einen Break, weil das, äh, ist ja schon viel zu lange. Ähm. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, hinterlasst mir nochmal irgendwie eine Nachricht oder ein Like. Würde mich sehr freuen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.